so weiter geht's mit trainer 2 in folge 9 willkommen zu folge 9 so wir haben hier geht schon mal die türen nicht auf hier haben wir einen schönen fahrstuhl jetzt habe ich mich der erste mensch hier haben wir mussten kopf da betätigen ich glaube ich jetzt kann ich noch für tätigen der rätselmeister drauf hat er ist drauf das sieht doch nicht kann ich bin schwesterblume schwesterblume wer auch immer in dem haus lebte es hing eine finstere bedrohliche stimmung in der luft wie klammern nebel im sumpfland die heldenhaften drei schafften es durch die fallen und schrecken des seltsamen baumhauses nur um von der schrecklichsten aller kreaturen aufgehalten zu werden einem drachen na ich weiß ja nicht ob ein drachen die schrecklichste aller kreaturen ist wenn er so was wir müssen gegen kämpfen alter sieht auf jeden fall geil aus das fiege war hier frisst das django zack 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 wies wies der wies 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 was wo ist er hin das war eigenartig ich weiß nicht mal was passiert ist und läuft bei ihm oh yeah du hast mal ein Explosionsfall irgendwie rübergeschossen und es hat mir doch gereicht das war aah aufgepiekt was nutzt uns das ha ok ich will auch oh hier ist ein geiles Auto aah nee, halt, falsche Richtung warte mal, hier ist keiner ja eben darum sagte ich ja, falsche Richtung hast du alles? ja oh 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 okay ich ziehe mir das Auto ach ja, da habe ich ja überhaupt nicht aufgepasst sehr gut ja, du musst alle drei gleichzeitig drücken das ist jetzt ein schönes Rätsel, dass du alleine lösen kannst ich habe mir doch jetzt ist voll gepennt in ich glaube, mit dem Auto kannst du eins drücken, weil ich bin mir nicht ganz sicher ich gucke ich gucke ah, nee ah, jetzt streng dich mal an ja, ja, wie soll ich denn bitte alle drei drücken ich glaube mit dem Fass von dem Auto kannst du einen drücken eigentlich nicht irre ja, also mit dem Auto kannst du auch eindrücken ja nee, das geht nicht runter ja, weil da oben ja noch einer ist du musst alle drei drücken ich glaube, der geht ja nicht mehr runter du guckst, wenn ich jetzt draufstehe, geht der voll runter wenn ich jetzt so jetzt geht er hoch ich hätte das Ding drüber ziehe es geht nichts runter okay, ist immer eng, ich dachte, es muss so gehen ja ja, das Auto drückt nämlich doch ein auch wenn du es nicht siehst, aber das hast du eben gemerkt, ne eben ging es kurze Zeit ist eben hoch auch noch ein Stück zurück na, warte mal ja, war doch gut so au nein, da kommst du her das ist doch mein Leiche da oben drauf, ja dahinter liegt die hier auf dem Boden das kann nicht wahr jetzt musst du nur eine Kiste dahin machen, wo du gerade bist eine Kiste hand da stehen du ha entweder zu weit oder vielleicht hättest du lieber es gerne gehen sollen dass du mehr gegenstände zaubern kannst drei kisten ein erster und ich bin tot die unsere kiste muss jetzt auf den hinteren punkt stellen ich sehe schon du hast sehr viel spaß da dran wieso geht das denn jetzt nicht nur mit dem hinteren teil vom auto kannst du das glaube ich runterdrücken aber es ist doch jetzt war es wieder ich krieg die krise Lauf durch, hier. Easy going, was ist denn los? Oh, das ist ein schönes Gefühl. Boah, fetter Schuss, Alter. Muss ich dir mal sagen. Oh, man kann ja durchschießen. Lächerlich. Alter, du bist doch gerade durch. Nein, fällt durch. Ah, Alter. Blindes Ziel. Okay, den hat's zerlegt. So, da ist noch einer. Nicht so einer, wie ich dachte. Ähm, das war nicht gut. Warum? Daran hat ich mich gerade festgehalten, jetzt komme ich nicht mehr hoch hier. So, ich kann mal einen, der will aufstehen. Oh nein, jetzt macht das Monster. Jetzt nicht mehr. Das sieht ja auch nach viel Spaß hier aus. Jetzt geht's ja da drüben weiter. Oh, yippie. Nein. Ich bin gierig, hier gestern noch so viel mehr zu holen. Okay. Hast du alle? Ja. Da oben muss aber noch... Ach, da ist bei dir ist ein Hebel. Ach, hier der hier. Alter, jedes Mal, wenn man ein Tor aufmacht, denkt man, jawohl, da kommt die nächste Scheiße hier. Okay, hier sieht es verzweigt aus. Jetzt haben wir schon mal einen Sprecher. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, ob mir das irgendwie was nützt, dass das da angehalten ist. Da ist noch so eine Flasche. Oh, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Okay. Oh. 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 Amart ist das alt. Vermutlich. Will suchen wir einen Maximum zu testen? Müssen wir alles mal его holen. Warum bl況 ihr da? U U si da stehe clamp auf das hat Oh, der hat die Power. Oh, die werden ja immer schneller. Sonst springen wir rüber, Hulk. Alter. Alter. Spring doch mal da rüber. Nein, nicht über die Bälle. Ach so, oh Gott. Du hast extra den Schacht aufgemacht. Ah! 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 Nein! Alter, das gibt es sogar nicht, aber die Kau hat sich denn so anspürt. Hey, ich bin eingesperrt, hast du das nicht gesehen? Ja, ich habe gesehen, dass du so doof warst, um auf die Placke raufzuspringen, die ich dir freundlicherweise bereitgestellt habe. Oh, was sie über die Placke waren. Ja, guck mal, da sind so viele Bälle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, alter, das ist sogar nicht. Jetzt aber, komm. Ja, jetzt. Jetzt wollte ich auch mal sterben. Oh, 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 game over, game over. Oh, okay, ich gebe dir jetzt nochmal eine Chance. Ey, das ist ja nicht so leicht. Jetzt, komm, 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 nein, du hast verkackt, du hast verkackt, du hast verkackt. Ja, hier, da unten war aber eine Flasche. Hast du gesehen? Echt? Ja. Hätte ich mich wieder blieben. Ach so. Lässt dich. Warte noch, warte noch, jetzt. Ich hab vergackt, nochmal. Nein! Oh, dann wäre ich da drauf geblieben, auf diesem scheiß Ball. Das ist ja das, was ich versucht habe, als ich mich letztes Jahr nicht habe. Eben, warte ich noch ab. Okay, ich warte noch einer ab. Noch ein. Ja, warte, ich muss erst eine Placke machen. Okay, los. Eben, warte. Ich trau mich nämlich. Was gibst du denn da zu trauen? Okay, jetzt mal. Nein, Mensch, jetzt wollte ich wissen, das ist die Kacke. Was gibst du denn da zu trauen? Ja, Mensch, das... Wenn die Planke fertig ist, dann spring. Okay. Los, hopp und hopp. Na bitte. Easy going. Na ja. Na, wie komm ich wieder rüber? Ah, ich töte mich einfach. Oh, die Flasche gleich. Wow. Welche Flasche? Tinkloon ist noch eine oder? Der habe ich ja auch hier eingesammelt. Ach so. So, dann muss ich jetzt nur noch gucken, wie wir da... Oh, bin tot. Um die ausgeklügelte Konstruktionen, da. Oh, komm. Gironimo! Na bitte. Böse, böse, böse. Böse. Okay, hier geht's weiter. Definitiv. Als ich was hier nicht sehen kann, ist es ein Sprecherpunkt. Tja, ich will wieder Spaß mit spielen. Und hopp. Ach, das ist ja noch. Ja, ja, ich mach das hier. Gehst du da bitte von meinem Rohr runter? Klingt ja eh nicht. Eklig. Oh ja, jetzt. Ich bin eingesperrt. Ich bin eingesperrt. Da kann ich dir auch nicht helfen. Ihr Visieres zu tun. Ich bin eingesperrt. Ja, ich bin eingesperrt. Ach, das macht einen doch fertig. So, jetzt müssen nur irgendwie auf den Turm raufkommen. Blöde Sau! Jetzt mal eine Blubberblase kommt. Nein, ich kann die Kugel nicht mit hier rüber nehmen. Was würdest du da machen? Na oben hin. Ey, ich bin auch da. Ach so. Ich wollte eben hier mit meiner ganz eleganten Turm-Konstruktion arbeiten, aber ich komme da auf meinen eigenen Turm nicht rauf. Ey, hör auf damit! Hör auf damit! Geh Zeit hier! Ich komme noch nicht dahin, wo du bist. Okay, hier ist ein Speicherpunkt. Du weißt, was das bedeutet? Ich kann mich hier nicht umbringen. Es gibt keine Möglichkeit für mich hier zu sterben. Ja, dann komm doch einfach hoch. Schwer ist das doch gar nicht. Schwer genug. Oh, drüber! Schwer genug, sag ich ja. Dass du ja mit Pfeilen schießt, hilft mir ungemein weiter. Du willst nur unter meinen Rock gucken. Oh, super pro! Nein, ja, na der. Da ist der Speicherpunkt. Geglitcht ohne Ende, aber... Da hat der gerecht. Hin zum Speicherpunkt? Na. Oh, ich glaube, es ist echt Zeit für ein Päuschen. Ich fürchte auch. Da kann ich mich hier anstellen, das ist ja nicht mehr normal. So, hat mal wieder todesviel Spaß gemacht, um die Illusion zu boxen. Ja, das war schwer. Das andere war auch irre und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.